Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die erste Analyse für Mittwoch, den 15.07.2020. Und man kommt sich ja so langsam wie so ein kleines Pokerspiel vor, ne? Da tischt der eine ein supergelles Blatt auf und du denkst dir, boah, geil, schönes Behersten, dann kommt der nächste, haut das nochmal drauf und am Ende kommt immer wieder einer drüber. Aber also, das ist jetzt bisher, das ist schon fast jetzt ein richtiger Tagesrhythmus, den die Indizes, insbesondere unser DAX, jetzt jeden Tag hat, ne? Ganz markant, ersten zwei Stunden in eine Richtung stechen und dann den ganzen restlichen Tag in die andere laufen, ne? Mit so einem schönen Kleckern, durchziehen. Ich glaube, das sechste Tag in Folge, an dem wir jetzt etwa das gleiche gemacht haben, also ist schon sehr erstaunlich gewesen, so vom Bewegungsdrang. Ja, also, bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt hier noch gut geht. Wir hatten unten gesagt, wichtig wäre halt, dass er hier auch unter die 5.30 geht, muss halt ein bisschen, er muss halt auch da drunter, hat man gesagt, weil er ja hier, ähm, nur, sag ich mal, ans 61er dran gelaufen ist und hat man gesagt, wenn er sich da eben nach oben arbeiten würde, wenn er da stark hochzieht und so weiter, müssen wir halt rechnen, dass die den wieder durchschieben, weil die dann die Bewegung nach oben drücken, ne? Sie erinnern sich, so eine 13.15 hat man da als Ziel rangeholt, da hat man hier über die Fibu-Projektion, ähm, über dieses Tief, das nach hier oben gezogen und, ähm, dann gesagt, da oben 13.15 ist Ziel, zwischen Ziel 12.8.30, darüber 12.9.92, dann 13.15. Da sind Ziele bis hin, Sie sehen es da oben, 138er bei 13.1.97, da sind jetzt auch so die Ziele oben raus, das sind bei uns im, bei uns im Chat auf der Seite, wir haben ja so einen kostenlosen Chat da, moneymonkeys, ähm, dot com, äh, sind sehr viele jetzt zum Abend schon eher shortisch eingestellt gewesen und sind sogar noch am Abend short reingegangen, weil Trump, ähm, hier eine Räte hält. Äh, ich habe euch ja in den letzten Tagen schon mal was dazu gesagt, da waren auch recht viele short reingewesen, das ist bei Rom gekommen, ähm, ich bin da so ein bisschen verhalten einfach, weil ich finde jetzt eigentlich nicht, dass der Tag eine prima short Gelegenheit ist, das ist ja eher mehr eigentlich eine Vorlage nach unten raus gewesen. Wir haben in den, in den amerikanischen Indizes, gerade im Tech-Sektor, unheimliches Abkippen gesehen, das war ja mal eine schöne Vorlage, um ein bisschen mehr draus zu machen, um einfach mal ein bisschen, bisschen, bisschen Dampf abzulassen halt, ne, um ein bisschen durchzuschieben. Und auch wenn man dort jetzt schaut, wie dort die Tageskerzen aussehen, was auch, wenn man sich so einen Dow Jones anguckt halt, der schon wieder über dem gestrigen Tageshoch steht, ähm, pfff, war das schon eher so ein, ach, was juckt's mich? Was hat, was juckt mich der Montag? So war das Motto des Dienstag. Ne, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch gegenüber Shorts, also ich drück natürlich allen die Daumen, damit das hier noch klappt. Ich, ich persönlich würde es mir einfach bequemer machen, ich würde mich hier einfach zurücklehnen und sagen, also ich will halt sehen, dass er unten den Trigger umlegt, das ist bei mir weiter die 5,30, darunter wird für mich Short interessant, Oberseite schalte ich halt erstmal jetzt ein bisschen passiv, bisschen Seitenlinie, ähm, uch, und oberhalb ist hier die 12,800 eben wichtig. Da sind wir auch noch nicht gewesen, da sind wir dran, aber eben noch nicht dran gewesen. Und wenn er die schafft, ja, dann 12,9, 92 haben wir, ne, was hatten wir hier, die 12,8,30, ähm, die war wichtig, dann irgendwas um 12,900 rum und, ähm, ich würde auch einen zweiten hinpacken, weil wir haben es gestern gesagt, so, es macht jetzt keinen Sinn, äh, es ist jetzt hier, also wenn wir, gucken Sie mal, gestern stand der DAX hier, da haben wir gesagt, wenn der hochläuft, müssen wir uns auf den Zettel schreiben, dass hier oben long ist, weil wir das sonst vergessen, ne, weil wir sonst, wenn er hier steht, schon wieder tausend Gründe finden, warum er fallen soll. Und deswegen haben wir gesagt, schreiben wir uns auf den Zettel, wenn er dann hier oben das, das Auskontert, das komplett platzt, den Abwärtstrend bricht und den hat er schon gebrochen, ne, ähm, dann kann er auch durchrennen, dann kann er richtig hochrennen, ne, also, das sieht jetzt hässlich aus, aber ja, warum nicht, ne, also, ähm, ich kriege nicht den schönen hin, das müsste ich so irgendwie denken, vielleicht machen wir uns so ein unterbrochenes Teil rein, setzen hier noch so ein kleines Bindeglied einfach dazwischen, sagen, er hat dann schon Potenzial, also, wenn der Trump da jetzt auch in seiner Rede in der Nacht irgendwas Dummes von sich gibt, kann es ja sein, dass wir schon am 59 eröffnen, irgendwas super cooles, was alle toll finden, ähm, der hat ja hier noch eine Rede angekündigt, wollte da auch wahrscheinlich ein bisschen was zu China sagen, jetzt lassen Sie den mal nicht zu China sagen, lassen Sie den mal ganz harmlos einen Wahlkampf machen, äh, einfach ein bisschen das erzählen, was die Leute hören wollen, äh, ein bisschen Amerika ist cool, alles ist cool, Arbeitslosen cool, äh, Aktienkurse cool, Wirtschaft cool, ähm, schützen uns mit ein bisschen Masken und alles wird gut, ne, kann ja auch so in die Richtung gehen, und dann kann es schon sein, dass der Markt hier noch ein bisschen oben geht, aber, das, ich, ich, ich würde das, was wir gestern gesagt haben, einfach mitnehmen halt, ne, also, hier dazwischen ist so ein bisschen Austurbe-Pufferzone, eigentlich hat man gesagt, wäre die 12,7, ähm, äh, 12,680, 12,710, viel wichtiger für den Rücklauf, das sollte bestenfalls gar nicht drüber kommen, vielleicht sogar ein Dreieck, das Dreieck haben wir hier unten gesehen, das hat er dann nach oben aufgelöst, es ist dann hochgelaufen, ähm, nachdem das, äh, allerdings auch mehrfach Fehlausbruch risiert wurde, wenn es das Wort gibt, ähm, hier unten hat man ein Dreieck, das hat er nach oben gebrochen, dann hat er es nach unten gebrochen, dann ist er oben raus, ähm, wer mich kennt, wer auch bei uns im Premium-Dienst ist, der weiß meine Meinung zu Dreiecken, soll egal sein, ähm, auf jeden Fall haben wir die, die 6,80 hier nicht getroffen, wir haben die, ähm, 7,10 hier nicht getroffen, äh, nicht nach unten gekippt, dann ist er jetzt hoch an die, über die 57 sogar, also, wenn er jetzt auch noch einen Sprung über die, äh, 12,800 macht, harter Platz auf der Oberseite, erste Station 12,960, zweite Station 13,200, ja, das wären soweit die Oberziele, wenn er drüber geht, ähm, Mittwoch, bitte im Hinterkopf behalten, können starke Trendtage sein, Mittwoch, äh, also, häufig ist es ja so, der Dienstag macht ein Turnaround, ne, das heißt, er sticht früh in eine Richtung, läuft in die andere Richtung zurück, und der Mittwoch macht das, der streckt das dann noch lang, ne, also, das ist, das ist so das Üblichste, und von daher müsste man jetzt sagen, der Dienstag war ein Turnaround, Tuesday ist nach unten und nach oben, ne, also, er hat nach unten angerissen und nach oben gezogen, das heißt, er hat den kompletten Montag ausgekontert, er hat den umgedreht, er hat den, er hat den Turnaround vollzogen, und deswegen hätte der Mittwoch schon Potenzial, das jetzt hier lang zu ziehen, ne, und durchzusetzen, und durchzudrücken, also, ich persönlich sehe das Risiko da ja eher auf der Oberseite, ähm, sollte der Tiefe eröffnen, ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen würde, also, für mich ist das halt hier, es ist schon eher, er hat einen Abwärtstrend gebrochen halt, ne, also, es ist scheiße, dass es, ähm, kann eher passieren, dass er vielleicht nochmal auf so eine 640 zurücksetzt, vielleicht sogar auf die 680, 710 zurücksetzt, und sich wieder hochdreht, ähm, falls er schwächer reinkommt, und dann probiert die 800, also, also eigentlich hat er es versaut, ne, die Chance unten raus, technisch betrachtet, muss man schon sagen, pff, kaputt, da muss erst wieder ein bisschen Vorleistung kommen, man muss halt erst wieder hier runter, man muss unter die 530, solange die 530 nicht nach unten macht, geht eher die Tendenz aufwärts, das muss man, technisch, also wenn man es versucht neutral zu analysieren, muss man das so sagen, ne, gut, Freunde, damit würde ich das so lassen, ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, also, ja, auch im Tagesschart, wenn wir das jetzt sehen, ja, das ist, was nutzt ihr, die schöne Vorlage nach unten, das Überraschungsmoment, das richtig durchkicken, wenn es am Folgetag komplett umdreht ist halt, ne, aber wir haben es gestern gesagt, also wir haben es gestern gesagt, er muss halt unten drunter, unter die 330, das ist eine nicht-sagende Katze, das ist in der Mitte drinnen, auch wenn es negativ aussieht, aber er muss halt hier auch drunter, und das hat er nicht getan, im Gegensatz, ist vollkommen zurückgelaufen, also auch das, das ist alles offen hier, aber auch das sieht eher nach oben aus, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, schreiben sich mal eine 13.15 so ein bisschen an den Bildschirm, machen sich mal einen Zettel und machen sich mal einen Zettel an den Bildschirm, 13.15, wenn der DAX positiv ist, das hilft ihnen dann vielleicht ein bisschen, dass sie nicht die ganze Zeit dagegen shorten, wenn der sich stark zeigt, wenn wir jetzt schon zum Abend alle Short drinnen hocken, was soll das werden, wenn der ein kleines Aufwärtskip macht, dann sind früh ab um 8, sind sie alle Short, dann läuft der, dann rennt der, also da lieber mal so einen kleinen Zettel mit an den Bildschirm machen, 13.15 sind möglich, wenn er positiv performt, wenn er rausbricht, und dann haben sie sich vielleicht 20 Shorts auf dem Weg nach da oben gesportt, weil das ist einfach erreichbar, also, Freunde, wir gucken mal, ich bin es ein bisschen schade, aber noch ist auch nichts zu Ende, vielleicht kommt ja wirklich ein schönes Abwärtsgelb, aber der ist halt um die 5.30 drunter, das ist hier alles jetzt Long-Rücklaufzone, also der kann ja überall wieder hochdrehen, das ist Mist, die haben sich das alle so schön vorgebaut, auch den Dow Jones hat sich das so schön nach unten vorgebaut, steht ja wieder hier oben drüber, also, naja, gut, nehmen wir es so hin, nutzen das, machen das Beste für uns, traden nicht unsere Meinung, traden nicht das, was wir haben wollen, wir traden das, was kommt, reden sie sich das ruhig nochmal ein, wie ein Mantra, einfach vor sich her sagen, und dann handeln sie halt das, was kommt, und verzichten auf das, was sie wollen, meist verdient man dabei eh mehr Geld, wie wenn man das versucht zu handeln, was man unbedingt haben will, alles klar, ich würde jetzt hier ausmachen, sollte der 9 Uhr unterhalb von 7.42 stehen, haben wir kleine Rücklaufchancen auf 6.40, aber wie gesagt, man muss ja aufpassen, man muss ja aufpassen, also ich glaube, ich würde mir den Mittwoch eher in dem Bereich nur angucken, da will ich wirklich markante Schwäche sehen, und dafür ist er eigentlich zu weit hochgelaufen, aber wir gucken, wir gucken, wir gucken es uns an, vielleicht überrascht er mich, vielleicht gibt er mir einen Abwärtscap unter 6.40, das wäre natürlich ein Traum, wir gucken mal, wir gucken, wie er reinkommt, dann sind wir schlauer, die Eckpunkte haben sie ein bisschen im Visier, meine Meinung dazu auch, wie das Verhalten zu bewerten ist, sehen sie, dass der Markt was völlig anderes macht, wie das, was ich erzählt habe, nehmen sie dann auch zur Kenntnis, dass natürlich die Szenarien dann entsprechend auch, an Wahrscheinlichkeit verlieren, ich mache hier aus, wünsche ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschö!